Ich heiße Alexander Burger und ich berate bei Hensoldt Nutzer und Hersteller von Luftfahrzeugen, wenn es darum geht, diese Luftfahrzeuge vor gegnerischer Einwirkung zu schützen. Ich bin Sebastian Becker und ich bin Sales Manager bei Hensoldt und bin zuständig für den Caletron. Es geht hier zum einen darum, gegnerische Kräfte daran zu hindern, die eigenen Luftfahrzeuge zu attackieren. Zum anderen geht es natürlich darum, die Besatzungen dieser Luftfahrzeuge zu schützen. Unsere Kunden und damit auch wir sind im ständigen Wettlauf mit neuen Bedrohungen und daher müssen wir als Hensoldt frühzeitig entsprechende Antworten in Form von Produkten und Lösungen finden. Unsere Lösung bei Hensoldt hierzu heißt EMS. EMS steht hier für Airborne Missile Protection System. Ohne Selbstschutz sind gegnerische Kräfte in der Lage, eigene Luftfahrzeuge zu bekämpfen beziehungsweise den Luftraum für die Durchführung der Mission zu sperren. Gerade modernste Flugabwehrsysteme wie die integrierten Luftverteidigungssysteme kommen hier zum Einsatz und hier gilt es besonders Augenmerk darauf zu richten. Die Anzahl an Signalen und damit auch die Dichte im elektromagnetischen Spektrum nimmt rasant zu. Hinzu kommt, dass vor allem militärische und zivile Stellen gleichermaßen ähnliche Frequenzbänder und Frequenzen nutzen. Zum Beispiel taktischer Funk, Amateurfunk, Handynetze oder auch zivile und militärische Radare. Was dazu führt, dass moderne Radarwarnsysteme in der Lage sein müssen, die relevanten Radarsignale und Radarsignaturen schnell, eindeutig und zuverlässig zu finden, zu trennen und zuzuordnen. AMS mit dem Radarwarnsystem Caletron zeichnet sich besonders durch die zukunftsweisende Architektur aus. Die Integration unseres volldigitalen Caletron Radarwarners in die AMSuite ermöglicht des Luftfahrzeugen einen zuverlässigen Schutz gegen radarbasierte Bedrohungen. Volldigital im Gegensatz zu analogen Systemen äußert sich hierbei bei dem Caletron RWR in einer massiv gesteigerten Detektionsreichweite und Genauigkeit sowie in einer zuverlässigen und frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen auch in sehr dichten Szenarien. Wir schützen damit tagtäglich mehr als 2000 fliegende Systeme und damit das Leib und Leben dieser Besatzungen. AMS ist modular und dezentral ausgelegt. Es kann je nach Kundenanforderung realisiert werden. Es ist natürlich auch möglich, später das System abzugraden. Der modulare Aufbau von Caletron erlaubt es uns Radarwarner verschiedener Leistungsstufen, aber auch Größen anzubieten. Und daher können wir, wie Alex schon erwähnt hat, eine maximale Flexibilität für den Kunden erreichen und auf alle Kundenwünsche eingehen. Der Vorteil von Caletron als Teil von AMS mit anderen Sensoriken im Verbund äußert sich dahingehend, dass man eben einen ganzheitlichen Schutz der Plattform erreicht vor allen möglichen Arten von Bedrohungen und nicht nur vor zum Beispiel lasergelenkten Raketen, sondern auch vor den wie erwähnten Radarbedrohungen. AMS mit Caletron sichert den Missionserfolg und erhöht entscheidend die Überlebensfähigkeit der Besatzungen der eingesetzten Luftfahrzeuge. Musik Musik Musik